Niemandem kann sagen, dass du falsch mit deiner Trauer umgehst, weil niemand weiss, was du gerade durchmachst oder durchgemacht hast. So beurteile dich selbst auch nicht, das ist deine Art mit Trauer umzugehen. Osho sagte, dass Trauer Tiefe bringt, Freude bringt Höhe, Trauer bringt Wurzeln, Freude bringt Äste. Wie so ein Baum, der sich dem Himmel entgegenstreckt und so beides wird benötigt, Trauer, Freude, Äste und Wurzeln. Für mich, du bist die Balance zwischen diesen zwei Extremen. Die Waage, wo man Wut und Traurigkeit, die Gewichte sind, die man rechts und links trägt, während du bist Gleichgewicht und Balance in dir. Und dieses Gleichgewicht, diese Balance ist unzerstörbar. Das bist du.